Hallo und herzlich willkommen zu Folge 140 von Gothic 2, der Weg des Schläfers. Ja, ich bin quasi, und doch, nee, muss man so wahrnehmen, ein Trottel. Ich bin noch mal durchgesponnen, das Ganze. Und ich habe dazu einen separaten Spielstand. Also gut, da hat sich im Prinzip natürlich was geändert. Also ich bin die Quest noch mal durch und die Belagerung kam ja von der Seite. Und der Graben ist nicht der Lavasee. Das ist nur irgendwie nicht ganz so hundertprozentig klar gewesen, weil dieser Wächter irgendwie... Auf jeden Fall, vielleicht war es auch nur einfach simpel und ergreifend mein Fehler. Ja, wie dem auch sei, es handelt sich um diesen dunklen Graben hier, in dem das Schwert sich befinden wird, nicht in dem Lavasee. Und genau aus dem Grund werden wir das jetzt nachholen. Hier sieht man übrigens ein bisschen was. Wenigstens ein bisschen was. Was man hier übrigens auch entdecken wird, und das hat mich freudig gestimmt, als ich es gesehen habe, eine Steintafel. Gut, es wird wahrscheinlich auch mehr als eine sein, aber es ist eine Steintafel der Magie. Plus zwei. Das heißt, wenn wir jetzt noch acht Attribute finden, ungefähr Pi mal Daumen, dann hat sie es schon gerechnet. Und hier ist es wieder arschdunkel. Leider, also ich weiß nicht, was bringt mir das Licht hier. Ich sehe gar nichts. Gut, ich war schon beim Erkunden hier, deswegen weiß ich, was auf uns zukommt, aber das heißt nicht, dass ich es sehe. Man hört es schon. Ein Höhlendämon. Was auch immer das für ein Kasper ist. Der hat auf jeden Fall nichts dabei. Und der bewacht eine kleine Höhle, in der befindet sich das Schwert des Rotas. Tränke, Knochen, Knochen, Tränke, Steintafeln, alles was man benötigt, alles was das Herz begehrt. Und sofern das sinnvolle Tränke und Steintafeln sind, das hat mich nicht herausgewunden. Ich habe einfach nur offscreen gesehen, okay. Ich habe entdeckt, aha, da unten Höhlen, Dämonen und dieses Schwert. Da war für mich schon Grund genug, die Aufnahme zu starten. Das Schwert des Todes und des Rotas. Da rumgeheimlich habe ich sogar gerade eben wieder meine Funk-Headset-Verbindung verloren. Das macht mich ja auch mittlerweile kirre. Ne, was ich sagen wollte, dass ich das verwechselt habe. Also die Schlucht vor der Stadt mit diesem Lavasee, also wirklich so ein Käse. Käse, also naja, ist ja auch kein Problem. Wir haben es jetzt gelüftet, das Geheimnis, das Rätselslösung entdeckt. Und wir hoffen mal, dass das Ganze jetzt problemlos, was die Hauptquests anbelangt, hier ablaufen wird. Aber ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt noch groß problematisch sein sollte. Das heißt, ich renne mal ganz kurz zum Tobe. Wenn der nichts zu sagen hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, lade ich mal weiter zum Elvado, stecke die zwei Schwerter in die Brücke und dann geht die Post ab. Nö, Tobe hat nichts zu erzählen. Der guckt sich da die Architektur des alten Volkes an. Warum auch immer, vielleicht hat er dafür ja irgendwie eine Schwäche. Wir rennen auf jeden Fall zum Elvado und berichten dem davon, dass wir beide Schwerter haben. Und ich werde das Gefühl wirklich nicht los, dass wir hier jetzt... Aber nee, nee, das kann nicht sein. Es gibt noch ein fünftes Kapitel. Wir sind nicht am Ende. So, wegen der Erkundung. Ich habe das Schwert in der Schlucht gefunden. Was? Aber wie? Es gab einen Weg in die Schlucht. Das Schwert lag in einem Haufen abgenagter Knochen. Abgenagt? Ja, du hast auch irgendein Monster. Etwas, das es nicht geben dürfte. Ich habe seine Seele zum Schläfer geschickt. Gut gemacht. Wir haben also beide Schwerter zusammen. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Während du weg warst, ist Gorloman einige Male ohnmächtig geworden. Wie geht es ihm? Besser, aber er ist sehr erschöpft. Ja, und jetzt? Was mir fehlt, ist eine kräftige Wurzelsuppe. Oh, da steht er auf. Der Trub ist auch auf einmal hier. Gorloman, ich wusste gar nicht, dass ihr Humor habt. Es tut gut, euch wieder bei Kräften zu wissen. Ich fühle mich noch sehr schwach, obwohl Coralvado die Wunde schon geheilt hat. Es ist dieser Ort, das Grauen, alles hier. Dennoch, ich will die Mission bis zum Ende bestreiten. Das könnte schnell euer Ende werden. Wollt ihr nicht lieber... Ausruhen kann ich mich, sobald wir unsere Mission erfüllt haben. Ich könnte nicht gehen, ohne den Grund für den Tod all unserer Brüder zu kennen. Lieber will ich bei dem Versuch sterben, es herauszufinden. Ah, Vollstrecker. Ich muss sagen, dass es mich nicht erfreut, euch zu sehen. Sieh an, unser Patient ist wieder bei Kräften. Habt ihr in der Zwischenzeit etwas herausgefunden? Ich habe in dieser Ruine einige Zombies ruhiggestellt und untersucht. Meine These war, dass man sie vernichten kann, indem man einfach den Fluch vor ihnen abschirmt. Aber, als ich den magischen Schutz über sie legte, geschah nichts. Offenbar sind ihre Leiber zu sehr von dieser Kraft durchsetzt. Ich habe dann noch einige weitere Experimente über die Magie betrieben. An den Leichen? Ich habe die Essenz ihrer Seelen in dem Kristall gespeichert, den ich immer bei mir trage. Ich werde sie mir genauer in Morgat anschauen. Ihr hattet doch versprochen, ihnen ihren Frieden zu lassen. Ich habe schon Dutzende in Belias reichen lassen. Doch meine Gnade kommt nicht ohne einen Preis. Was ihr da tut, widert mich an. Goluman. Keine Sorge, Bruder. Ich werde mich beherrschen. Dieses Mal noch. Aber ihr, ihr hattet euer perverses Vergnügen. Quält keine weiteren Seelen mehr. Aber natürlich nicht. Ja, und jetzt? Was gafft ihr mich alle so an? Rentet dem jetzt einfach wieder hinterher? Okay. Dann werden wir wohl die Schwerter... Ne, und dann weiter. In der Zwischenzeit habe ich die beiden Klingen gefunden, mit denen die Amun vor zig 100 Jahren wohl die Brücke in den hinteren Teil ihrer Stadt ausfahren konnten. Taub hat weiter an den Untoten geforscht. Die Stimmung zwischen ihm und Goluman wird gefährlich rau. Gut, das war sie eigentlich im Prinzip schon die ganze Zeit. Dass sich das weiter anheizt und immer schlimmer wird. Das hat sich, glaube ich, abgezeichnet. Und nun gut, dann sollten wir hier alles perfekt ausgeführt haben. Das heißt, wir gehen jetzt mit den beiden Schwertern mal da vorne zur Brücke. Ich hoffe wirklich so, Sette. Aber das kann nicht das Ende sein. Ich werde jetzt wirklich wie im Schläfertempel. Da vorne ist dann irgendein Untoter und wir sagen uns, oha, wir müssen weg. Ein raffiniertes Kunstwerk, diese Brücke. Aber ich habe Zweifel, dass die Leute auf der anderen Seite vom Grauen hier verschont geblieben sind. Goluman, haltet euch etwas zurück. Wenn ihr Goluman deckt, werde ich vorgehen, Meister. Haltet mir nur den Rücken frei. Wie du meinst. Möge der Schläfer über uns wachen, wenn wir diese Brücke überquert haben. So, noch irgendein Kommentar von Taub? Nein? Nun gut. Dann kümmern wir uns mal hier drum. Den Mechanismus, der in die Brücke ausfährt. Da ist doch direkt schon irgendwas, oder? Da wartet doch schon irgendwer. Entweder das ist eine Statue oder das ist das Äquivalent zu dem untoten Orkpriester, der uns sagt, so, hier geht es nicht weiter, verpisst euch. Bis wir dann irgendeine Waffe finden, die ihm Schaden zufügen kann. Oh, das ist nur eine Statue. Nö. Ein Steinkrieger, der eine Menge Schaden austeilt. Jungs, da muss ich ganz kurz erstmal ein bisschen ein paar Tränke reinpumpen. Das geht so nicht. Der hat uns schon ganz schön eine Abreibung verpasst eben. Denn unser Schutz vor Magie, der ist leider nicht so bombastisch. Aber nee, wir können gar nicht am Ende des Spiels sein. Ich will ja, ich habe ja noch nicht mal meine schwere Templerrüstung. Ja, ich bin zuversichtlich. Wir sind nicht am Ende. Höchstens von der geistigen Verfassung her. Aber nicht vom Spiel an sich. So, was geht hier? Ihr macht das, Jungs. Was geht denn da drin ab? Ach so, nur normaler Zombie. Also Templer. Aua! Alter, Alter. Die Steinkrieger hier, die sind nicht von schlechten Eltern. Traurigerweise bringen die auch noch wenig EP. Das ist das Allerschlimmste. Geben keine EP und knüppeln einen nieder. Eine Steinklinge. Ist doch bestimmt auch Schrott, oder? Also, was geht denn jetzt ab? Da draußen ist irgendein wütender Golem oder so. Ja, Steinklinge braucht eine Menge Stärke. Und macht keinen Schaden. Also quasi für den Spieler unbrauchbar gemacht. Jungs, warum guckt ihr mich eigentlich alle so an? Ich weiß doch auch nicht weiter. So, dann... Stoßen wir mal weiter vor. Ab in die nächste Bude. Was geht hier ab? Will hier einer aufs Maul? Scheinbar nicht. Klar, die ist natürlich wieder komplett leer. Gut, ich glaube, diese... Geräusche, die wir hier wahrnehmen, die wir eventuell Steingolems zuordnen, könnten, sind, glaube ich, schlicht und ergreifend Hintergrundgeräusche. Um die Atmosphäre zu verstärken. Da vorne haben wir wieder so eine Pappnase. Genau, schlag den mal tot. Das ging sehr effizient. Da vorne haben wir die nächste Tempelanlage, wie es scheint. Die Seelensteine, die wir mal alle zum Schläfer bringen. Ich frage mich ja, ob hier versteckte Items platziert worden sind. Also, dass man hier, wenn man hier gründlich genug sucht, vielleicht belohnt wird mit irgendeiner besseren Einhandwaffe oder es heißt auch nur ein Stärketrank. Also was heißt nur, die haben ja schon einen relativ hohen Wert. Das würde mich interessieren. So, da hinten haben wir auf jeden Fall naja, aber noch mal einen Zombie. Hier geht es rein. Hab ich jetzt gar nicht gesehen, was hier so dunkel ist. Der brennt auch noch. Ach du Scheiße. Ja, da hat Top keine alten Sachen gemacht. Können wir hier hoch? Ich glaube eher nicht. Hier ist einfach nur alles dunkel. Hier ist nichts zu holen. Dann gucken wir mal, dass wir die Jungs hier nicht verlieren. Einer, zwei. Wo ist Top? Wo ist er? Da ist er. Ach, der boxt schon die anderen da hinten. Na dann, tut euch keinen Zwang an. Eiu. Alles truf, alles truf. Interessante Pose, die der da macht. Kann man diese Steinklingen wenigstens verkaufen? Naja, gut. Warum sollten die auch einen Wert haben? Diese Schwerter aus Stein werden wohl auf dem Markt nicht allzu begehrt sein. Naja. Dann schauen wir mal, was es hier weiter im hinteren Teil noch zu sehen gibt. Da geht es natürlich direkt weiter. Wahnsinn, ist das alles riesig. Oh, da hinten, der sieht mir aber nach... Oh ja, der sieht mir nach... ...ner Begrenzung aus. Oder einer Entgrenzung. Und da geht es direkt zum Endboss. Ach, du Scheiße. Also ich bin wahnsinnig beeindruckt von dieser Karte. Auch von der... Aua. Von der Thematik. Also sehr, sehr cool. Quasi Gothic 1 mit Gothic 2 zu verbinden. Denn im eigentlichen Gothic 1 hat man ja eigentlich noch gar keine Eindrücke oder Ideen von den Erbauern. Das wurde ja dann quasi erst im Nachhinein in Gothic 2 dazu gedichtet, wenn man so will. Haben die hier sehr gut verknüpft. Und eingebaut. Aber hier irgendwas... Ach, war noch jetzt riesig hell, ne? Natürlich, klar. So, da oben ist ein Tempel. Tempel... Ich meine, es ist, glaube ich, sehr offenkundig, wo es lang geht, ne? Also das... Da gibt es keine zwei Meinungen, dass der ganz große Tempel da hinten hinter der Brücke wahrscheinlich das Hauptziel zu sein scheint. Aua, aber geht der eben auf mich? Moxt den jetzt mal um. Aua! Obst geht los hier? Absolute Frechheit ist das hier. Ein Glück spawnt hier jeder Tränke. So zwischen Kollaps kriegen. Bin ja hier nur der Fackelträger. Die anderen drei sind hier die mächtigen Dudes, die hier alles kurz und klein prügeln. Bin nur der, der dabei steht. Ja gut, fairerweise, wir haben jetzt auch schon einiges auf dem Kasten, ne? Aber das muss ja keiner wissen. Was soll man hier? Hier gibt es sogar eine Einrichtung. Gar nicht mal so übel. Tränke auch. Meine Fresse. Jetzt geht es aber los. Was gibt es denn hier? Seite 1 von 6. Wir harren hier schon ewig aus. Doch sind wir bereit für das Heiligtum und den Erwählten zu sterben? Ich für meinen Teil kann die Wochen, die wir hier schon verbringen, nicht mehr zählen. Ich weiß nur, dass sie zu viele sind. Unsere Vorräte sind auch schon zur Neige gegangen. Ein weiterer Angriff der lebenden Toten wäre ein schreckliches Unheil. Und die Novizen, Krushak sei ihnen gnädig. Alle außer der eiserne Kaelon sind verhungert. Aber Krushak sei Dank, dem Erwählten geht es gut. Wenn er auch kaum ansprechbar ist, er verbringt die ganze Zeit mit Grübeln. Die Toten, sie durchbrachen unsere Steinbarrikade. Die Hälfte der Templer starb, bis der Erwählte endlich zu einem Entschluss kam. Er war kreidebleich, als er seine Idee mit dem Rest teilte. Er sprach davon, dass er sich in einem magischen Ritual opfern wolle. Das Betreten des Tempels, aber danach für die untoten Horden tödlich enden würde. Das Heiligtum würde also dank seiner Heldentat nicht geschändet werden. Dann sprach er noch zu uns Gurus, wir sollten unser Ende für eine mögliche Nachwelt dokumentieren. Wenn wir dann mit dem Leben abgeschlossen hätten, sollten wir uns dann in die Trance begeben, bis Krushak uns dann zu sich holt. Die Templer sollten, wenn sie nicht dem Hungertod erliegen wollten, ein letztes Mal kämpfen, gegeneinander und so ein letztes Mal Ehren der Schlacht einholen. Der letzte Überlebende müsse wohl den Freitod wählen. Auch ihnen möge der Schlafende gnädig sein. Lang lebe Ikorion, Märtyrer und Bewahrer des großen Tempels des Krushaks. Die letzten Worte des Baal Phaelon. Und dann, was? Hofbibliotheka, irgendwas. Pergamentrollen, Pergamentrollen, Steintafel, Kerze der Nacht. Jetzt wird es interessant. Können wir aber wohl keinem erzählen. Ne, die sind jetzt erstmal, was das angeht, noch nicht so relevant. Erst beim nächsten Stopp, sage ich mal, beim nächsten Halten wird es wieder interessant. Wir haben hier eine Steintafel des Zweihandkampfes und eine der Stärke noch auf der hohen Kante. Also hier gibt es mittlerweile richtig rund eine Sturmfaust. Können wir hier mitnehmen. Tragischerweise, muss man ja sagen, weil wir sie nicht benutzen können. Ich habe auch keine Ahnung, ob es vielleicht generell ein Fehler ist, als Templer zu spielen. Vielleicht ist es als Guru sehr viel annehmbarer. Das weiß ich nicht. So, dann respektieren wir mal die nächste Templanlage. Können wir die Pergamentrollen eigentlich schon lesen? Ach, nee, Quatsch, da kriegen wir ja Spruchrollen raus. Ich depp. Und, Mana plus eins ab und an. Stimmt ja, das war ja ziemlich cool. Nichts. Haben wir eine Niede gezogen. Nichts. Ach komm, als ob das alles nichts ist. Also ihr seht, das ist das Konzept von den Muscheln. Sehr gut gemacht, das so in Pergamentrollen zu verpacken. Gefällt mir. Ja, keine Ahnung. Werden jetzt keine bombastischen Spruchrollen gewesen sein. Aber eventuell ein paar, die man gebrauchen kann. Dann bin der Nächste aufs Maul. Natürlich. Und hier gibt's einfach nix. Ach so. Das ist quasi ein ganz großer Tempel. in dem sich nix befindet. Ja, Jungs, das könnt ihr mir nicht erzählen. Das ist doch, also. Ich bin doch nicht von gestern. Also, das gibt's doch nicht. Als ob es da nix zu holen gibt. Aber scheinbar ist das wirklich der Teil. Das wird halt hier die Kaste der Krieger und Magier sein. Also der Rest der Stadt, wo wir uns am Anfang befunden haben. Das ist wahrscheinlich einfach die Kaste der Bauern und Bürger oder wie auch immer die genannt werden wollen oder sollen. Und jetzt hier wird die Kaste der Krieger oder Magier sein. Mit großen Tempelbauten und alles, ne. Und Gedöns und Wächtern. Also Gurus und ihre Wächter. Und hier vorne ist halt der Haupttempel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt gleich noch einen kleinen Dialog bekommen. und dann werden wir in der nächsten Folge dann schlauer werden. Boah, ist das hier. Aha, da ist ja auch schon der Dialog. Offenbar war dies hier das Viertel der Priester und Heiligen des alten Volkes. Ja, wie ich schon eben gerade vermutet habe. Los, der Schläfer ist mit uns. Ich kann spüren, dass wir nah an unserem Ziel sind. fairerweise sagt Ach, der rennt jetzt einfach voraus. Stopp, halt an! Da vorne ist jemand. Die nächste Folge wird wahrscheinlich sehr interessant werden. Denn mal gucken, wie es weitergeht. Wie gesagt, von der reinen Spielzeit her könnten wir dem Ende entgegen gehen. Aber aufgrund meiner Gründlichkeit könnte das auch ein bisschen verfälscht werden. Also diese rund 50 Stunden hätten wir bald erreicht. Aber wie gesagt, eventuell wird es noch ein bisschen andauern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier so eine Wendung nimmt wie in Gothic 1. Sprich, dass uns der, den wir da vorne dann antreffen werden, erst mal sagen wird, so, bis hierhin und nicht weiter. Dann müssen wir uns nochmal neu sammeln, irgendein Artefakt an uns bringen und dann kommen wir nochmal her und schlagen alle ganz tot. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, es gibt zu viele Indizien, die darauf hinweisen, dass es noch nicht am Ende ist. Der Erleuchtete ist noch weg. die Bergfestung, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Wir können die dickste Rüstung bei Coelvado noch nicht kaufen. Es gibt ein fünftes Kapitel, in dem wir möglicherweise noch nicht sind. Deswegen, es gibt noch genug, was darauf hindeutet, dass es weitergehen wird. Und ich bin weiterhin gespannt. Also die Mod ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Sehr detailreich und sehr umfangreich. Ich will es an dieser Stelle nur nochmal erwähnt haben. Wahnsinn, wie beeindruckend die Mod gestaltet ist. Also wirklich sehr gut. Leider habe ich nicht die Variante mit der Text-to-Speech Sprachausgabe, aber dann lesen wir halt munter weiter. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge und sind mal gespannt, was da vorne auf uns lauert. Bis dahin. Tschüss.